Hi, liebe Leana. Kennst du das? Du hast das Gefühl, du bist super vorbereitet und dann kommt alles anders als gewohnt. Kennst du das? Noch nie erlebt. Eventuell kenne ich das, ja. Okay, wenn du jetzt zuhörst, kannst du das mal rausmeinen. Hat sie mich jetzt schwarz angelogen, oder nicht? Schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Die liebe Jana, übrigens Stimmgeberin. Und wenn ich mal was falsch sage, Jana, dann korrigiere mich bitte. Ich finde es mega toll, dass du heute da bist. Ich finde dich als Mensch mega spannend. Und du als Zuhörer kannst es auch ein bisschen herausfinden, vielleicht auch schon ein bisschen lesen. Wir werden so ja neu ist. Wir werden in den nächsten Talk, in den nächsten Minuten auch das genauestens herausfinden. Und ich finde es schön, mal herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich beginne meistens mit einer provokanten Frage. Was ist das, was sich heute Morgen bereits schon so richtig genervt hat? Okay, dann lass mich mal kurz überlegen. Das ist ja schon ein paar Stunden her. Das hat mich heute Morgen richtig genervt. Tatsächlich bin ich heute Morgen super früh wach geworden. Und zwar schon um 5.10 Uhr, weil der Mieter ungefähr drei Tage mal da unten auf dem Balkon rumgeschrien hat. Und dann war ich wach. Doch. Tatsächlich. Hat er den gerufen? Hat der Griff Halle hoch? Das Unfall. Der sagt dann immer so, oh Mann. Er schreit halt damit. Er regt sich über irgendetwas auf und ich habe keine Ahnung was. Normalerweise ist das immer tagsüber, aber es war dann eben um 5.10 Uhr und seitdem konnte ich nicht mehr einschlafen. Das heißt, ich bin heute Morgen auch dann um halb sechs aufgestanden, weil, ja, das hat mich kurz genervt. Aber dann dachte ich mir, okay, eigentlich liebe ich ja diese Morgenstunden. Es ist noch dunkel draußen. Da habe ich mir erst so ganz entspannt meinen Kaffee gemacht und habe meine Meditation gemacht und so weiter. Alles ungefähr drei Stunden früher als sonst. Dann hast du so richtig den richtigen Kick bekommen, um aufzustehen. Ich würde mal runterrufen, hey Frau, was ist denn überhaupt los? Vielleicht kommst du dann auch in einen Talk mit dem. Aber so hast du den Tag schon früh begonnen. Übrigens, in dieser Zeit stehe ich meistens auf. Wirklich? Oh mein Gott. 5.15 Uhr mit meiner Tochter, weil die darf dann nachher auch zur Schule gehen und ich bin früher immer um 5 aufgestanden. Da gab es auch mal eine Zeit im Militär, das war der Standard. Da bin ich selbstständig geworden. Da habe ich gedacht, ich kann jetzt aufstehen, wenn ich will. Und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Ich habe dann ein paar Kilo zugenommen, war ein bisschen, ein bisschen, sage ich mal, weg von der Linie, ein bisschen verwirrt und habe gesagt, was ist denn das? Und habe dann schlussendlich für mich herausgefunden, es könnte vielleicht daran liegen, ab dem Aufstehen und gemerkt, das passt für mich so. Wow. Es gibt ja auch angeblich diese Lerchentypen und diese Eulentypen. Ich weiss nicht. Also ich weiss nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also die, die eben morgens früh schon sehr, sehr fit sind und die, die einfach in der Nacht arbeiten und fit sind. Aber ich weiss auch nicht so genau. Ich habe immer so Phasen irgendwie. Und dann ist man wieder im Ausland und dann ist ja wieder eine andere Zeitzone. Naja. Heute Morgen war ich sehr fit. Und du gehst ja schon bald wieder ins Ausland, habe ich gerade gehört. Ja, genau. Ich bin bald wieder in Thailand. Diese Match Season ist nicht so ganz meins. Okay. Was heisst du wieder? Also du bist schon mehrmals da gewesen in Thailand? Ja. Wo gehst du denn genau hin? Nach Koh Phangan. Ah, schön. Kennst du? Ja, ja. Ich war früher viel in Asien. Eine ganze Zeit lang, da habe ich immer drei Monate gearbeitet und drei bis sechs Monate gereist. Und Thailand, Vietnam, Kambodscha. All die Sachen habe ich für mich damals gesehen. War spannend, ja. Mega. Ich liebe es da. Ja, richtig, richtig schön. Ah, schön. Super. Und was machst du da? Arbeitest du da oder ist das Ferien? Ferien, süß. Nee, keine Ferien. Also klar, ich habe auch erst mal ein bisschen Feiertage und so und dann nehme ich mir schon auch ein bisschen Ruhe und Zeit und Entschleunigungszeit. Aber grundsätzlich arbeite ich da auch. Also ich arbeite ja remote, das heisst, ich gebe da auch weiterhin meine Coachings und bin präsent. Ah, schön. Machst du viele Coachings? Ob pro Woche und so? Also bei mir ist es immer so, dass die Leute, die bei mir, die Coaches, die bei mir ein Dreierpaket kaufen, also ein Einzelcoaching, die haben dann eben drei Einzelsessions mit mir und danach schauen wir dann immer nochmal neu, wollen wir wieder weiter gehen zusammen oder was ist das jetzt erstmal, lassen wir es jetzt wirken und sacken und bauen es erstmal richtig in den Alltag ein. Aber grundsätzlich gibt es Einzelcoachings oder eben auch Gruppencoachings bei mir und das ist schon regelmäßig, ja. Okay, spannend. Vielleicht fragen sich jetzt die Menschen, ja, was coacht sie dann? Also Stimmgeberin, was coachst du da? Ich stehe mir das immer vor, ich stehe am Klavier und beginne zu singen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist die Stimme, wo du coachst oder ist es was anderes? Vom Namen her könnte man es ein bisschen so ableiten. Erzähl uns mal. Also du hast vollkommen recht. Viele denken bei Stimmgeberin auch erstmal an Gesang, ja. Und ich nehme selbst Gesangsunterricht, ich liebe singen, aber ich würde mir jetzt glaube ich nicht anmaßen, Gesangsunterricht zu geben. Nein, bei mir geht es, ich gebe die Stimme den Menschen zurück, quasi die sich nicht hörbar fühlen. Genau. Also Menschen, die irgendwo auf ihrem Weg ihre Stimme und damit meine ich die innere Stimme verloren haben und dadurch nicht mehr connected sind mit sich. Also ich helfe den Menschen dabei, ihre Sprechstimme zu ihrer Stärke zu machen, indem sie sich wieder reconnecten mit ihrer Inneren. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, aber grundsätzlich geht es darum, mach dich hörbar, lerne auf der einen Seite, ich bin auch Sprecherin und Synchronsprecherin und arbeite auch im Studio eben viel. Was kannst du lernen über deine Stimme als Instrument, damit du sie wirklich zu deiner Stärke machst? Was machen wir im Studio? Und aber auch auf der anderen Seite, was erzählt dir eigentlich deine innere Stimme? Also warum sprichst du, wie du sprichst und was erzählen dir deine Glaubenssätze? Und das wird dann wieder connected. Das heißt, Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander und darum geht es in meinem Coaching. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen, Stimmgeberin? Ich habe tatsächlich mal mit einem Bekannten gebrainstormt und wir haben darüber gesprochen, was ich mache. Und das ist wirklich schon viele Jahre her und damals hieß ich einfach, wie ich eben heiße, Jana Katharina Schmidt, aber wir haben uns gedacht damals, es wäre so schön, dem Ganzen, was ich mache, einen Titel zu geben. Und dann meinte er, also eigentlich, was du machst, ist ja, du schenkst den Menschen ihre Stimme wieder. Das heißt also, du gibst ihnen das zurück, mit dem sie eigentlich auf die Welt gekommen sind, aber was sie vielleicht im Laufe ihres Lebens verloren haben. Und deswegen gibst du ihnen wieder eine Stimme, mach dich hörbar, dass du da draußen wieder gesehen und gehört wirst. Und das fand ich irgendwie schön und dann haben wir diesen Namen Stimmgeberin entwickelt. Der entstand aus einem wunderschön inspirierenden Gespräch. Ach, spannend. Cool. Also wenn du jetzt da draussen bist, Führungskraft bist, Coach, Trainer, Berater oder merkst, du bist halt ab und zu auch auf der Bühne oder du hast ein Team zu führen und merkst vielleicht, du erzählst was, aber die machen was anderes, dann wärst du der Mensch, wo man zu dir kommen könnte. Zum Beispiel, ja, ich habe ja auch Unternehmen, die ich quasi regelmäßig unterrichte beziehungsweise inzwischen meinen Co-Trainer, den ich ausgebildet habe und da geht es dann zum Beispiel um Ansagen an Bord, ja, die gehört werden sollen. Also wie schaffen wir es, dass die Gäste auch wirklich hinhören? Weil wozu machen wir die Ansagen? Natürlich, damit sie gehört werden. Das Personal ist hauptsächlich für die Sicherheit da, ja, weil dann sollte man auch eben hinhören. So, das war das Erste. Dann gibt es aber auch... Also das ist jetzt nicht der Pilot, das ist jetzt wahrscheinlich die Crew von einer Flugzeug-Sicherheit. Ist das richtig? Die Purser, genau. Man nennt sie Purser, also die, die eben die Ansagen... Purser nennt man die. Purser, okay. Genau. Und Piloten hast du keine? Die müssen ja ab und zu auch was sagen. Aber im Einzelcoaching, tatsächlich, hier und da. Genau. Da gibt es immer wieder... Und ich denke, das kennt der ein oder andere auch, wenn da so eine Ansage aus dem Cockpit kommt. Ja, und dann denkst du so, what? Worum denn? Worum fliegen wir? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Nein, also das ist schon nicht schlecht, wenn man da auch mal hinschaut, ja. Aber das ist eben nicht das, was ich jetzt wiederkehrend im Kurs unterrichte dort, sondern das sind eben die Purser, die die Ansagen machen an Bord, die auch super, super wichtig sind, ja, aber oftmals eben auch so ein bisschen geleiert rüberkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schönen Sie alle da? Sind wir von uns wirklich sehr? Und da einfach hinzuschauen, wie schaffe ich es, mich hörbar zu machen? Das ist in jedem Bereich im Endeffekt wichtig. Und ja, es gibt auch andere Unternehmen, wo ich eben auch CEOs oder wie auch immer das Team habe, um insgesamt auch untereinander besser zu kommunizieren, weil auch darum geht es, ja. Was sage ich? Mit welchen Worten spreche ich? Ja, okay, schon wichtig. Aber vor allem, was kommt rüber? Was bleibt hängen? Was wird verstanden? Wird mir überhaupt zugehört? Und all solche Themen gibt es natürlich auch. Und das alles hängt mit der Stimme zusammen. Und was ich auch ganz, ganz häufig habe und was auch immer sehr emotional und schön ist, sind auch gerade weibliche Coaches, die das Gefühl haben, dass ihnen wirklich überhaupt nichts zugehört wird, dass ihnen ständig ins Wort gefallen wird, dass sie falsch kommunizieren scheinbar, nicht ernst genommen werden und solche Themen. Und die hängen eben auch ganz, 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 ganz eng mit der eigenen Stimme zusammen. Und da geht es ganz viel um Glaubenssatzarbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und das hängt eben alles zusammen. Ich finde, das war ein super wichtiges Thema, weil ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen was denken, aber die Hälfte nicht erzählen und das Gefühl haben, das hat mich verstanden. Und man sieht das super, sobald man auch ins Marketing geht, Webseiten aufbaut und, und, und. Und die Menschen sagen, ja, ist doch klar, ist alles da. Warum checken die es nicht? Ich so, das, was du mir erzählen willst, steht nicht da drauf. Ich habe gestern wieder auf Instagram einen Post bekommen, so quasi Alex, da hat er auf meinem Bildchen einen Screenshot gemacht und gesagt, wie kriege ich das hin? Und ich schreibe immer zurück, von was redest du? Was meinst du genau? Dass die Menschen beginnen zu erzählen, was er über das logisch ist. Ich kapiere schon, aber er checkt gar nicht, dass er so kommuniziert. Finde ich mega spannend. Und da hast du sicher abenteuerliche Reisen jedes Mal. Absolut. Und es ist auch super wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich kenne das selber von mir auch selber noch. Also vor vielen, vielen Jahren, als ich damit auch anfing, zu coachen, mich für dieses Thema zu interessieren. Bei mir war es damals selber so, dass ich oftmals, so wie du es gerade gesagt hast, im Außen den Fehler gesucht habe. Die verstehen mich, warum nimmt mich keiner ernst. Die sind doof, die denken, ich bin arrogant, ich bin unnahbar. Die, 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 die im Außen gesucht. Und dann eben einfach irgendwann mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und auf dieses Thema zu kommen, der Persönlichkeitsentwicklung und einfach zu verstehen, alles geht bei mir los. Und wenn die mich nicht, die mich nicht verstehen und das wiederholt sich, bin ich ja scheinbar der einzige gemeinsame Nenner. Das heißt, es muss ja irgendwo bei mir starten. Und loszugehen für sich und zu sagen, ich möchte eine Veränderung, weil ich möchte, dass mein Leben anders wird, war eine ganz wichtige Erkenntnis. Und genau so ist es ja auch gerade gesagt. Wir dürfen erst mal bei uns hinschauen. Und ja, natürlich, das erlebe ich immer wieder. Ich hatte gerade eben auch ein wunderschönes letztes Coaching eben von dieser Dreierreihe, das sehr emotional auch wieder war. Und es ist jedes Mal irgendwo auf der einen Seite bewegend, emotional ein bisschen traurig, jemanden gehen zu lassen, aber gleichzeitig auch zu sehen, wow, ne, in welchem State derjenige dann ist, ist wahnsinnig schön. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und vor allem bin ich dankbar, das auch weitergeben zu können, was ich für mich selber gelernt habe. Das war ja mein eigener Pain quasi. Ja, spannend. Ich habe dich gerade als kleines Männchen gesehen und mal gefühlt, wann ist das gewesen? Du hast ja verschiedene Sachen in dir drin, bis du danach gemerkt hast, dass das Teilnehmer ist. Das andere, wo ich bei dir auch noch merke, sind zwei Sachen mehr. Bist du ungeduldig, wie ich? Darf sofort immer alles funktionieren? Diese Zeit für sich rauszunehmen, der Entwicklung des Prozesses, ich denke, das war für dich nicht einfach. Sofort das Thema, sofort das Problem lösen, aber irgendwie geht es so lang, so mühsam, so träge. Und das hast du, dieser Zustand ist sehr, da geht es mal speziell für dich. Definitiv. Also ja, ich war früher tatsächlich auch noch mal deutlich ungeduldiger als heute. Was ich natürlich immer wunderschön finde, ist, wenn Leute wirklich umsetzen, was sie ihnen an die Hand geben. Das kennst du wahrscheinlich auch, Man gibt Tauchaufgaben und so weiter. Und der eine setzt es um, der andere nicht. Und natürlich kommt der eine schneller voran als der andere. Und davon sich dann einfach loszusagen und zu sagen, hey, es geht genauso schnell, wie derjenige gerade kann. Immer zur richtigen Zeit. Und das passt schon alles. Aber dann eben das loszulassen und zu sagen, ich kann es nicht erzwingen, dass der jetzt nach den drei Sessions wirklich so weit ist, wie ich das schon jetzt in ihm sehen kann. Das geht eben nur, wenn er selber diese Schritte geht. Aber auch von mir selber kenne ich das natürlich von früher, dass ich immer unbedingt auf Bühnen stehen wollte, aber eine riesen Angst hatte, vor Menschen zu sprechen. Das heißt, ich habe mich da zwar irgendwie vielleicht hochgetraut, es gab immer wieder Situationen, in denen ich mich meiner Angst da gestellt habe, aber es war alles so furchtbar an Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Es war jedes Mal wieder noch schlimmer für mich. Die Angst wurde größer und größer und ich habe mich so sehr, wie du gerade sagst, selbst unter Druck gesetzt. Das muss ich doch jetzt hinkriegen. Ich will doch da oben stehen. Und diese Diskrepanz war eben da. Ich hatte aber trotzdem eben diese Riesenangst, vor Menschen zu sprechen und habe mir jedes Mal fest vorgenommen, aber das reicht eben nicht, beim nächsten Mal diese Angst nicht zu haben und einfach ich selbst zu sein. So entspannt und locker und leicht mich da oben zu fühlen, wie im Normalfall. Und da war ich sehr ungeduldig mit mir am Anfang, bis ich eben auch wiederum so viel an mir gearbeitet habe und gemerkt habe, hey, das dauert. Das ist ein Prozess. Genauso wie bei meinen Coachies, gibt dir auch diese Zeit. Und das habe ich schon für mich gelernt und ich würde sagen, ich bin da besser drin geworden. Einfach, weil ich mehr gelernt und verstanden habe, wie dieser Prozess funktioniert. Genau. Spannend. Und du bist aber dennoch schneller als die anderen in deiner Umsetzung, in deinen Auffassungsgaben. Das ist auch schön. Es kann ja ab und zu sein, das erlebe ich ja immer wieder, dass die anderen Menschen sich überfordert gefühlen. Obwohl ich immer sage, nimm dich nicht, mich als Beispiel, du hast deine Geschwindigkeit, ich habe meine, alles schön. Und wie du bist so schnell, wieso machst du das, ich komme nicht wohin, und das hast du auch. Du bist sehr effektiv, effizient, wenn du etwas tust, machst du etwas. Was ich noch ein bisschen merke, Entscheidungsfindung. Das kannst du relativ schnell, aber es gibt auch Sequenzen, wo du länger hast. Wo du so hin und her machst, so quasi heiraten, welches Kleid, hin und her, überhaupt, hu hu hu. Aber sonst bei anderen Sachen kannst du dich schnell entscheiden. Da hast du diese zwei Parts in dir drin, das kann dich zum Teil vielleicht auch ein bisschen nerven oder ein bisschen hin und her, wieso bist du jetzt wieder so larifari, du bist doch forter so schneller. Und das macht dich auch ein bisschen aus. Du kannst sehr schnell switchen von der einen Emotion zur anderen und hast das gut im Griff. Und ich denke, nicht jeder Mensch kann dir sofort folgen in deinem Tempo, wo du anlegst. Wie ist das da? Voll. Ja. Ja, ja, das stimmt. Auch das gehört ja, denke ich, zum Prozess dazu, sich selber auch immer besser kennenzulernen. Und solche Dinge nicht abzulehnen, sondern, wie du es jetzt gerade sagst, es ist auch etwas Positives. Es hat auf jeden Fall was. Positives. Dennoch darf man eben auch akzeptieren, nicht jeder kommt so schnell da mit. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Nicht jeder findet das toll. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch hier eben zu verstehen, ich muss auch nicht jedem gefallen. Ich darf aber bitte dahinschauen, was mir gut tut und was eben nicht. Und auch eben immer mehr zu verstehen, weil du hast gerade das Thema Entscheidungen angesprochen. Früher war ich sehr schlecht darin, gute Entscheidungen oder schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich habe das wirklich trainiert. Und inzwischen geht es in den meisten Fällen, wie du schon sagst, sehr, sehr schnell. Und in manchen Dingen überlege ich aber länger. Und wenn ich dann merke, ich schalte jetzt meinen Kopf ein, dann ist es meistens eh zu spät, weil klar, der Verstand ist immer da und unterstützt mich. Aber wenn es wirklich um Entscheidungen für mein Leben geht, ist es einfach immer wichtig, auf mein Gefühl zu hören. Und das ist eben meist der erste Impuls. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das ist etwas, was ich über die Jahre sehr trainiert habe, diesen Impuls zu spüren und dem auch nachzugehen. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch wichtig bei der Stimmgeberin, dass man auf diese Impulse achtet. Du arbeitest ja auch sehr stark mit der Wahrnehmung, wie du gesagt hast. Und das ist ja was Spannendes, was du machst, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sonst kontrolliere ich mich bitte, dass du den Menschen ab der Stimme bereits schon hörst oder von der Vibration der Stimme, wie der Mensch tickt, denkt oder wie er sich gerade fühlt. Ist das richtig? Genau. Ich denke, jeder Coach hat irgendwie ein Ventil, über das er in die Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel eben eintaucht. Und bei mir ist es einfach die Stimme. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich über die Stimme scheinbar mehr wahrnehme, als vielleicht jetzt jemand, der nicht trainiert ist darin. Das heißt, mein erstes Gespräch ist immer so eine kleine Stimmanalyse. Ich höre mir die Stimme an und nehme natürlich den ganzen Menschen wahr. Manchmal mache ich diese Calls über Zoom, manchmal über Telefon. und dann fühle ich diesen Menschen. Dann weiß ich schon ziemlich genau, was ist das für ein Mensch, in welcher Energie ist der. Ich nenne das auch Energy Call, weil ich sehen möchte, passen unsere Energien zusammen, weil nicht mit jedem möchte ich oder kann ich arbeiten und umgekehrt. Und deswegen ist dieser erste Call super, super wichtig. Und da spüre ich dann tatsächlich oft einfach schon viele Glaubenssätze, Glaubensmuster oder erkenne auf jeden Fall, ob ich diesen Menschen helfen kann. Und ja, über die Stimme, das kannst du gleich mal als Hörer für dich mitnehmen, hören wir so viel mehr heraus als einfach nur die Worte, die du sprichst. Also mach dir ganz bewusst, wir hören, was du fühlst. Ob du das jetzt in Worte fassen kannst oder nicht, wir haben immer ein Gefühl für unser Gegenüber, vor allem aufgrund auch der Stimme, der Schwingung, was du auch an Energien darüber transportierst. Spannend. Hast du das bei mir auch gemacht? Bin ich neu? Ich muss noch eine Frage jetzt kommen. Ja, natürlich. Also als wir uns das erste Mal gehört haben, ich denke, also ich habe es nicht bewusst gemacht. Ja, ein bisschen passiert das ja sowieso, sage ich mal, aber ich habe jetzt nicht und dafür muss ich mich bewusst in den State auch reinbringen, wenn ich so eine Stimmanalyse mache. Das habe ich bei dir jetzt nicht gemacht, aber ich spüre ganz, ganz klar, ob ich mit jemandem jetzt zum Beispiel im Interview führen möchte, mit jemandem mich mehr verbinden möchte oder auch nicht. Das nennen es Sympathie, was auch immer und da kann ich mich sehr, sehr gut, das weiss ich aus der Erfahrung, auf meine Wahrnehmung verlassen. Und die war durchweg positiv, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, denke ich mal, oder? Ja, wir hatten ein cooles erstes Gespräch, wir haben gelacht und da kamen super Ideen auf und ich habe mich heute wirklich jetzt gefreut, das auch zu führen und bin jetzt auch so neugierig gewesen, was wir alles für Informationen rausbekommen und war am Anfang so, ach scheisse, mit dem Ton stimmt das nicht, ich hoffe, das ist bis zum Schluss alles gut, aber dann ist das nämlich schön. Und ich finde selber auch sehr spannend, die Töne, also ich zum Beispiel jetzt im Thema Podcast, finde ich das Thema Stimme sehr spannend, weil ich konzentriere mich ja nur auf diese Stimme, ich achte immer, ist die Stimme sympathisch für mich, und wenn nicht, dann bin ich raus und ich bin jedes Mal echt auch so ein bisschen enttäuscht, wenn ich so Hörbücher kaufen möchte von wirklich weltbekannten Autoren, sage ich jetzt mal, Tony Robbins und all sind auch dabei und dann hast du so einen Scheiss-Synchronsprecher, der hört sich echt doof an, denke ich lieber, hätte es der Gschieter besser eine künstliche Gänse reden lassen, wäre schöner, aber sie finde ich es richtig schade, die Stimme passt nicht dazu, dass sie das nicht besser aussuchen, keine Ahnung, aber fällt dir das auch auf? Ja, aber hallo, natürlich, und das ist für mich das A und O, klar, ein guter Sprecher, oder sagen wir mal so, ich würde mal behaupten, auf jeden Fall geht es mir so, dass wir ausgebildeten Sprechern relativ schnell den ersten Sätzen in dem ersten Satz vielleicht schon erkennen können, ist das eine ausgebildete Stimme oder nicht, denn es gibt so ein paar Geschichten, die unterscheiden sich, dann natürlich auch, ist das Hochdeutsch und so weiter, du darfst natürlich immer einen Dialekt haben, das ist ja auch was Schönes, aber wenn du Bücher vertonst, ja, ich liebe diesen Dialekt, den du hast zum Beispiel auch, wunderschön, aber jetzt ist eben die Frage, kommt das dann in Frage für das Buch, das vertont werden soll? Und dann natürlich auch noch so ein paar andere Dinge. Was aber das Allerwichtigste ist, um meiner Meinung nach ein Buch wirklich von vorne bis hinten hören zu können, mit einem guten Gefühl, ist die Erzählung lebendig, ja, also schafft der Sprecher es, irgendwie aus diesem Abgelesenen ins Freivortragen zu kommen und das ist nun mal die Kunst und das ist das, was wir üben und lernen, learning by doing, klar, aber es gibt eben auch bestimmte Techniken, die wir lernen. Ich war ja auch Dozentin eben für Sprecher und Synchronsprecher und habe genau das gelehrt, was ich natürlich vorher auch gelernt habe und stehe jetzt heute auch im Studio als Regisseurin und helfe gerade Laien dabei, ihr Buch lebendig vorzutragen. Und ja, ich würde immer sagen, das dauert eine Zeit, ja, manche kommen mit einem großen Talent, die meisten aber eher nicht. Das heißt, du musst das wirklich lernen, weil das, was wir vielleicht mitgegeben bekommen haben, ist das, was wir in der Schule gelernt haben. Ja, wunderbar. Steh auf, lies den Absatz vorne und wie ist das? Abgelesen, runtergeleiert, furchtbar, auf jeden Fall Meilen entfernt von einer lebendigen Lesung. Und das ist das, was ich eben, wobei ich helfe und ja, ich entscheide nach zwei, drei Sätzen und da höre ich mir immer die Hörprobe vorher an, kaufe ich mir dieses Hörbuch oder nicht? Denn ich kann es einfach nicht, wenn ich diese Stimme nicht ertragen kann, dann muss ich nach kurzer Zeit abschalten und dann würde ich, leider Gottes, das Hörbuch nicht kaufen. Und das ist auch der Grund, ich arbeite zum Beispiel mit Lieber Audio zusammen, wunderbarer Hörbuchverlag, warum wir genau hinschauen, welche Stimmen nehmen wir und welche nicht, oder ne, die entscheiden das natürlich. Am Ende darf der Autor ja auch immer mitbestimmen, aber wichtig ist, dass das gute Sprecher sind. Du kannst nie sagen, die Stimme gefällt jetzt 100% der Hörer, ist ja klar, das ist sehr subjektiv, aber grundsätzlich gibt es so ein paar Parameter, nach denen man gehen kann, um zu entscheiden. Wenn ich wahrscheinlich rede, kommen bei dir überall Ausrufezeichen, also von meinem Deutsch her ist es immer speziell. Übrigens, ich habe ja zwei Hörbücher gemacht, für meine zwei alten Bücher. Da habe ich wirklich lange gesucht, bis ich da jemanden gefunden habe. Ich wollte jetzt einen Mann, schlussendlich habe ich ihn in Österreich genommen. Er ist Schauspieler, macht das auch mit Turnung und dann hat er mir die reingesprochen und ganz spannend. Übrigens, wenn du dafür einen Audible-Verlag oder irgendwas schaffst, dann müssen wir unbedingt zusammenreden, weil ich suche mir immer noch eine Plattform, wo ich meine Hörbücher hochladen kann, die gut erscheinen, also gut durchsuchbar sind. Ich als Schweizer, ich kann es nicht über Amazon hochladen. Das, was sie anbieten, das funkt bei uns nicht. Ich muss etwas anderes haben und da kennst du dich sicher besser als Achis. Mega spannend. Stimmen, mega. Und ja, ich bin vor kurzem bei meiner Tochter in der Schule gewesen. Da haben sie auch so eine Show gemacht, sage ich jetzt mal. Und einer musste was vorlesen, so wie du gesagt hast. War so witzig und so spannend. Und sie hat jetzt eben auch noch zusätzlich Singen in der Schule. Also es ist Englisch und Singen sehr hochstellig. Jetzt hat sie gelernt zu atmen, die Stimme zu halten und ich kann nicht singen. Also wenn ich singe, dann machst du die Ohren zu. und das findet sie mega spannend und ist auch schön, der Mensch zu sehen, sie ist viel ruhiger geworden, sie ist entspannter und die Stimme macht schon was aus. Und das passiert auch bei mir, wenn ich mit Menschen zuhöre, zum Beispiel Podcast. Ich wäre selber ruhiger, schon fast meditativer Zustand und ich geniesse dann auch diesen Moment von wow. Voll. Total. Auch ein wunderbares Beispiel, ja, Podcast. Auch da. Ja, ich erlebe das immer wieder und ich habe früher noch mehr Podcaster gecoacht, jetzt habe ich einfach nicht mehr die Zeit so richtig, aber wenn du Podcaster bist und du hast dich dafür schon mal interessiert und wenigstens darüber nachgedacht, ja, dann denk da weiter drüber nach beziehungsweise fang an zu handeln und mach dir bewusst, dass einfach ungefähr 80% deine Stimme ausmachen, ja, weil wir hören dich ja nur und natürlich geht es auch um einen guten Inhalt, völlig klar oder einen Entertain-Inhalt, also wir sind alle große Kinder, die entertained werden wollen, auf welche Art und Weise auch immer, aber mach dir bewusst, dass alles steht und fällt, auch mit deiner Stimme und wenn die Leute nicht einfach nur 100% dich hören wollen, weil sie dich einfach geil finden oder so, dann geht es auch vor allem um die Stimme, ob sie die mögen oder nicht und da kannst du, egal, ob du das jetzt schon weißt, was, du kannst immer etwas tun und dein Potenzial dann noch mehr ausschöpfen, gerade wenn du noch niemals Stimmtraining gemacht hast, alleine vielleicht nicht weißt, was deine Indifferenzlage ist oder so, dein Grundton, glaub mir, es gibt so viele Frauen, die nach der allerersten Session schon eine so krass transformierte Stimme hatten, einfach nur, weil sie plötzlich Dinge wissen, die sie vorher nicht wussten und ihr Leben lang ihre Stimme anders eingesetzt haben und da machen wir zwei, drei kleine Übungen und da hast du sie, ja, eine vollere Stimme, eine resonantere Stimme, denk auch nicht, meine Stimme ist halt so, meine Stimme ist halt so, nein, sie muss nicht so sein, ja, du hast vielleicht von Natur aus eine völlig andere, ein völlig anderes Instrument geschenkt bekommen, aber du hast halt einfach nicht gelernt, darauf zu spielen, ja, wie jedes andere Instrument dürfen wir auch hier lernen, es zu spielen. Ja, das stimmt, ich denke, wir gehen wahrscheinlich auch davon aus, das funktioniert sowieso, also ich habe jetzt, also wenn ich mir jetzt zurückerinnere, habe ich jetzt gerade gemacht, in der Schule, also ich habe, ich weiss es jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ich habe da nie gelernt, wie ich jetzt, also wie ich reden, also nein, nicht mal das, wie ich reden sollte, weil es heisst immer, du solltest Deutsch reden und ohne Deutsch geht es nicht in den Kindergarten und man darf die Windeln nicht mehr anziehen, das sind so zwei wichtige Punkte bei uns und dann bist du ready für den Kindergarten und in der Schule, ja, das ist definitiv so, das sind die zwei Sachen, das hat man wirklich uns sehr eingebläut und Lucy ist, hat so einen Stichtag gehabt, wo sie relativ früh ist, weil sie hat im Januar, also sie hat Anfangsjahr Geburtstag, das ist immer die Erste, da haben wir noch geschwitzt, ich habe mich so, kriegen wir das hin mit den Windeln bis zum Kindergarten, ich so, scheissegal, sonst ist es halt so und, also wir haben es hinbekommen, es hat dann funktioniert, aber bei uns eben so und Stichtag funktioniert es ab und zu, aber Reden, also Singunterricht hatten wir auch, aber jetzt so zu sprechen, wie du sagst, ich glaube, das habe ich nie gelernt, im Militär dann eher, man hört dich nicht, steh mal hin, kann es nicht mal klar reden, da kamen diese Sachen dann schon eher oder auch schon, Alex, du laberst so lange rum, komm mal auf den Punkt, übrigens, das war cool, hat mir gestern auch einer auf YouTube geschrieben, ich glaube, du weisst sehr viel, du könntest deinen Podcast, also deinen YouTube kürzen, wenn du gleich sagst, was du willst, nicht so, ich kann das schon, wenn ich, da geht es drei Minuten, aber das werde ich jetzt mal testen, die nächsten extrem schnell, zack, 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 mal schauen, wie das ankommt, ja, und die Stimme ist echt, ich finde es brutal wichtiger und vor allem, wenn du da Podcasts in die Charts kommen willst, ist nur die Stimme. Absolut, voll, und genau wie du sagst, wir lernen es einfach nicht in der Schule, also ganz im Gegenteil, ich würde sagen, ich meine, ganz genau kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, wann es losging mit meiner Angst, aber ich würde mal sagen, die Schule, damit ging das so ungefähr los, so ab der fünften Klasse vielleicht, dass ich begonnen habe, wirklich diese Vortragsangst aufzubauen und jedes Mal wieder, wenn ich ein Referat halten musste, über ein Thema, das mich einfach null interessiert hat, wie es halt leider Gottes so oft ist, anderes Thema, aber in diesem Moment ging es natürlich dann, wirklich anderes Thema, es gehört ja auch irgendwie zusammen, ich bin ja ursprünglich Lehrerin gewesen, also ich habe ja Lehren studiert und da kann ich sagen, ich bin froh, dass ich heute mit Menschen arbeite, die freiwillig zu mir kommen, und im Endeffekt bin ich ja so eine Art Lehrerin, aber ja, dann ging das eben so los und ich würde mal behaupten, so mit 5, 6 war ich da ein völlig anderes Wesen, sehr locker, leicht und frei, so wie ich die Leute dann auch wieder begleite, genau dahin, darum sage ich wiederfinden, was hat dir deine innere Stimme früher erzählt, was hat sie dir in der Schulzeit erzählt, im Studium, oder was auch immer dann passiert ist, während der Erziehung, und was erzählt sie dir heute wieder, beziehungsweise woran darfst du dich wieder erinnern, und das ist so ein wichtiger Punkt, falls hier gerade jemand zuhört, der Einfluss aufs System hat, baut das doch mal ein, in den Lehrplan, es ist so, so wichtig, und ich weiß, in manchen Ländern ist das so, und da sehen wir dann eben auch viel, viel bessere Redner hinterher, weil die das eben in der Schule auch schon so ein Stück weit lernen, genau wie du gerade gesagt hast, im Militär, du hast eben gesagt, stell dich doch mal aufrecht hin, mach dich groß und so, das sind ja die ersten Steps, ja, richte dich mal auf, innerlich und äußerlich, was macht das denn schon mit deiner Stimme, damit geht es ja schon los. Ja, übrigens, ich merke das schon, heute habe ich mich entschieden, ich stehe jetzt, zum mit dir das machen, in der Regel, ich kann auch mal sitzen, aber es ist anders, wenn ich stehe, als wenn ich sitze, die Stimme oder auch die Energie, was auch immer, es ist anders, ich mache jetzt ein bisschen mehr mit den Händen, als wenn ich sitze, Entschuldigung, wenn das kreditiert. Absolut, nee, nee, ich finde das super, und das ist genau das, was ich auch gerne mit den Coaches trainiere, wieder in diese Lebendigkeit reinzukommen, weil einige, auch gerade, sagen wir mal so, Geschäftsführer, so auf der Ebene, die ich unterrichte, die oftmals dann zu mir kommen und sagen, ich bin nicht so der Körpersprache-Mensch, oder eben, dann stehen sie ganz steif vor mir und sagen das dann sehr ernst und seriös, und dann beginnen wir mit ein paar Übungen, und ich bin die Letzte, die sagt, mach jetzt mal so, mach mal so, sondern ich führe die Leute dahin, dass sie das intuitiv wieder integrieren, und dann siehst du, dass jeder, jeder, jeder Mensch eine Körpersprache hat, ja, und nicht bei jedem ist sie so quirlig, wie bei uns beiden jetzt, ja, weil wir einfach Menschen mit viel Energie sind, und genau das war früher auch mein Problem, dass mir immer gesagt wurde, du zappelst zu viel rum, ja, du wirkst nicht seriös und kompetent, und genau diesen Stiefel habe ich mir angezogen, und daraus entstand dann ja auch unter anderem meine Angst, weil ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin nicht richtig, ich mache das falsch, ich bin nicht gut genug, bis ich dann irgendwann das wieder released habe und gewerkt habe, hey, das gehört zu mir, diese Energie muss raus, ich bin so, ja, und ich fühle mich auch nur wohl, wenn ich diese Körpersprache sprechen lassen darf, Bilder in die Luft malen darf, andere sind da anders, aber jeder hat eine Körpersprache. Spannende Körpersprache. Soll ich dir auch mal meine Probleme erzählen, wo ich da habe, gleich im gleichen Thema, gleiche Angst. Willst du es hören? Ja, natürlich. Ich habe über 20 Jahre gekämpft bei mir, weil ich anscheinend, also wenn ich so Freude habe, wenn ich so in Fahrt komme, dann kann es durchaus sein, dass ich ziemlich schnell beginne zu reden. Das ist nicht nur in Schweizerdeutsch so, sondern das wird auch in Hochdeutsch so und das denken zum Teil auch die Deutschen, ich kann den fast nicht verstehen, der redet verdammt schnell, da wurde mir vielmal gesagt, Alex, kannst du nicht langsamer reden? Und ich habe dann wirklich immer wieder versucht, ich habe dann ab und zu auch gemerkt, da habe ich wie Blackout gehabt, weil ich habe dann immer versucht, mir zuzuhören, wenn ich rede, noch überlegt, was ich reden soll und dass ich jetzt hier langsamer, das hat nicht so funktioniert. Und ich habe wirklich 20 Jahre, fast ein bisschen geübt, jetzt langsam geht es. Ich finde es noch witzig, wenn ich am Morgen bei mir hier sitze und einfach Podcast mache, keine Kamera da ist, dann kann ich zum Teil schön langsam reden. Sobald ich die Kamera einschalte, völlig witzig, dann geht es völlig schneller. Aber ich habe dann gemerkt, das bin ich glaube, also erstens, ich kann ja auch kein Hochdeutsch, ich komme da mit mir einem komischen Deutscher vor, das ist ja schon mal was und dann redet der noch so schnell, da habe ich gemerkt, Alex, ich glaube, das gehört zu mir, es ist ein Teil, also wenn es mir passt, dann bin ich schnell, wenn ich angeleilt bin, dann kann ich super langsam reden und das ist so ein Part und da habe ich gesagt, weisst du was, ich behalte es einfach bei, ist mir egal, was die anderen denken, ich bin da und wenn also jemand das Gefühl hat, dann mache ich einen spannenden Spruch und dann machen wir weiter. Das habe ich auch dann so für mich gemerkt, aber ich brauchte echt lang, das zu akzeptieren. Ich bin das erste Mal nach Deutschland gekommen, nach Schweizer, das war vor über 20 Jahren, nach Berlin, Seminar, total ausgebucht, zwei Sätze gemacht, da hat eine Person so gemacht, eine Berlinerin, hat gesagt, Entschuldigung, aber wann kommt denn jetzt die Übersetzerin? Ich so, Scheisse, ich so, die kommt nicht. Ich so, ach Mensch, Scheiße, ist das wirklich so schlimm? Das waren so meine Startpunkte. Wahnsinn. Das ist so mein Thema, das schnelle Reden. Spannend. Da waren so viele spannende Themen gerade dabei, die du erwähnt hast und das ist genau der Punkt. Erst einmal, und ich hoffe, das hat jeder da draussen schon mindestens mal gehört und hoffentlich sich auch schon verstanden, dass wir niemals jedem gefallen werden und das ist auch nicht unsere Aufgabe, die richtigen Deckel finden, in unseren Topf und genau diese Hörer hast du in deinem Podcast. Die habe ich in meinem Podcast und das ist genau auch ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, das zu verstehen. Auch ich habe ja die Tendenz, dazu schnell zu reden. Natürlich habe ich für mich das auch trainiert und hier, Korken habe ich immer parat, kann ich euch nur empfehlen, mal ab und zu mit einem Korken zu sprechen, weil ihr da nämlich deutlicher sprechen müsst und natürlich mehr Zeit braucht, um Worte zu kreieren, zu formen. Das hilft, um danach eben ein Stück weit langsamer zu sprechen. Aber ja, ihr werdet nie jedem gefallen und dann gibt es ja auch wieder die, die sehr, sehr langsam sprechen und da denke ich mal nur so, komm zu, popp. Das ist eben nicht so meins, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann stelle ich halt auf höhere Geschwindigkeit. Also das geht ja jetzt inzwischen alles. Was ich aber noch sagen möchte und das fand ich gerade auch so schön, wenn du ohne Kamera deinen Podcast einsprichst, hast du gesagt, sprichst du langsamer. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich eigentlich meinen Podcast immer nur als Audiodatei teile, denn ich spreche eigentlich immer, wenn ich etwas spreche oder erzähle, was eben zum Beispiel mit meinen Techniken, mit meinen Gedanken und so weiter zu tun hat, mit geschlossenen Augen und eigentlich ständig, durchgängig, ja, weil ich dann mega connected bin mit mir selbst und vielleicht ist es auch bei dir so ein Stück weit das, dann ist plötzlich die Kamera an, das kennen super viele, ich mache auch Kameratraining und auf einmal wird man stocksteif oder spricht auf einmal viel schneller oder ist in irgendeinem anderen komischen State, den du sonst nicht hast, ja. Aber in dem Moment, wenn du bei dir bist und vergisst, dass da das Mikrofon ist, deine Augen schließt, dich mit dir verbindest und eigentlich mit dir auch alleine bist, aber in der Präsenz hoffentlich, in dem Gefühl, dass du gerade zu anderen sprichst. Ich kann mir vorstellen, dass du deswegen auch ein bisschen langsamer sprichst, weil du dann voll und ganz bei dir bist. So geht es mir. Und der letzte Punkt noch, eine lebendige Persönlichkeit hat einfach eine lebendige Stimme. Und wenn du, so wie du, eine super quirlige, kreative, lebendige Persönlichkeit bist, dann will das auch nach draussen und dann ist die Intonation so und nicht so, ja. Monotonie ist übrigens etwas, was eigentlich kaum jemand ertragen kann. Von daher sei so glücklich, dass du diese Ausdrucksweise hast. Danke vielmals. Und übrigens mega wertvolle Tipps, du den Mitglied geblieben hast, nutze das gleich mal aus, was ich dann bei mir gefunden habe. Ich mache einfach das Kamerabild weg oder mache hier meine Notizen hin, dann quatsche ich da hin. Und vergiss das. Und wenn, ist noch witzig, wenn die Menschen mich dann das erste Mal erleben, die einen oder anderen kommen dann und sagen, Alex, warst du nervös? Ich sage, nein, ich bin hyperaktiv, aber es ist okay. Ich habe Spass gehabt. Siehst du, das ist die Hauptsache. Genau. Und das ist so, ah, vielleicht werde ich nicht so alt. Aber es ist so spannend, ja. Du hast davor mal spannender gesagt, du hast gesagt, du führst die Menschen da hin, also zu ihrer Stimme. Na, wie machst du das? Also, du weißt selber, das Wie machen wir dann im Coaching. Das wirst du dann sehen. Aber grundsätzlich, und das ist auch immer individuell, aber grundsätzlich geht es immer in der Reihenfolge Fühlen, Sprechen, Bewegen. Wir gehen erst ins Gefühl rein und fragen uns, beziehungsweise ich höre mich ein und höre, warum spricht diese Person meiner Meinung nach so, wie sie spricht? Was verstecken sich für Glaubenssätze dahinter? Was ist die Intention? Was wollen die Leute denn sagen? Was wollen sie initiieren? Was wollen sie für eine Bewegung in die Welt setzen? Was ist es, wofür du hier bist? Wofür du antrittst? Also, was fühlst du darüber? Was ist deine Meinung dazu? Und dann gehen wir ins Sprechen. Du lernst von mir dann natürlich die Tools, die du brauchst, um deine Stimme als Instrument zu schulen. Da gibt es dann genau das an die Hand, was wir im Studio auch nutzen, als Studiosprecher, als professioneller Sprecher. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, das zu sprechen, was du fühlst. Also, deine Stimme mit deiner Stimmung zu verbinden. Wieder zu verbinden und wirklich genau das zu sprechen, was du wirklich fühlst. die Angst auch loszulassen, dass du dich verletzlich zeigst, dadurch, dass du dich jetzt plötzlich zeigst. Und dann am Ende, im dritten Schritt, geht es ums Bewegen. Wie schaffe ich es jetzt mit diesem Paket, die Menschen im Außen zu bewegen? Und das ist die Reihenfolge. Du bekommst natürlich Material an die Hand, auch aus dem Sprecheralltag. Wir haben da auch wirklich schöne Texte, die ich verwenden kann oder auch die ich inzwischen aus meinen eigenen Jobs mitgebracht habe. Aber vor allem geht es sehr in die Tiefe und du wirst einfach hinterher dich wie ein neuer Mensch fühlen, obwohl du mehr denn je wieder mit dir in Verbindung stehst. Und das ist was Wunderschönes. Ich begleite dich dahin, deine eigene beste Freundin zu werden und vor dem Spiegel stehen zu können und nicht mehr dein größter Feind zu sein, sondern deine beste Freundin. Du hast gerade gesagt, fühlen, sprechen, bewegen. Ist das richtig? Ja. Also du beginnst mit fühlen. Ja. Hast du zu dem Fall auch, hast du zu dem Fall für dich gemerkt, dass die Menschen nicht mehr fühlen können, damit du mit diesem Part beginnst? Ich würde mal sagen, jeder kann fühlen, ja, wir sind lebendige Wesen, das zeichnet uns als Menschen Gott sei Dank hoffentlich noch aus und unterscheidet uns von Maschinen, KI und Sonstiges. Aber es ist oft, sehr, sehr oft so, dass diese Verbindung so ein Stück weit gekappt wurde beziehungsweise, dass die Menschen diese Verbindung nicht mehr spüren können. Nicht mehr, wenn ich jetzt dich frage, Alex, wie fühlst du dich gerade wirklich? Ja. Und dann meine ich nicht, oder wie geht es dir gerade wirklich? Dass du dann sagst, ja gut, danke und dir, dieser Standardsatz, sondern ich möchte, dass du dann wirklich hineinfühlst. Und dazu gehören wahrscheinlich mehr Worte als zwei. Dazu gehören vielleicht zehn. Auf der einen Seite fühle ich mich so, auf der anderen Seite so, wenn ich mal richtig hinhöre, da ist aber auch ein bisschen sowas und so. Also wirklich mal wieder zu entdecken, was alles unter dieser Fassade steckt. Und was wir alle irgendwo ein Stück weit haben, ist ja diese Maske, mit der wir durchs Leben gehen. Aber mir ist wichtig, diese Maske wieder abzunehmen oder wie so eine Zwiebel, sagen wir eine Zwiebel, und Stück für Stück abzulegen, die Essenz, die da drunter ist, wieder zum Strahlen zu bringen. Und die ist so oft versteckt, eingestaubt, verbuddelt, gerade aus diesen Gründen, über die wir eben auch gesprochen haben. Dir wurde gesagt, du redest zu schnell, man versteht dich nicht, du bist undeutlich. Hä, was hast du gesagt? Und bei mir, du zappelst zu viel rum, du wirkst arrogant und nahbar. Das war alles meine Maske damals. Weil ich mich versteckt habe, weil ich Angst hatte, das zu zeigen, was uns individuell macht. Aber genau das macht uns ja einzigartig. Das ergibt dann am Ende unsere Gabe, unsere Essenz, das, warum Menschen zu uns kommen. Oder auch nicht. Die, die zu dir kommen. Was, die Deutschen, mega geil, deutsche Sprache, schon schöne Sprache entdecken. Hast du gesagt, dass du mir sofort hängen geblieben bist. Das stimmt, du deckst es ja auf. Ja. Dass du wirklich die Sachen da wieder anschaust. Und wenn du das dann wieder gefunden hast, dann macht es ja auch Sinn, dann wieder zu reden, weil dann kannst du ja ganz mit anderer Energie, weisst auch, du darfst das erzählen, das ist jetzt auch kein Schmerzpunkt, kann ganz anders damit umgehen. Und dann kann man auch richtig laut werden und sich halt wieder neu finden. Absolut. Ich meine, jeder von uns hat mal ein Kind schreien hören. Und ich meine, richtig schreien hören. Ein Kind, kein Baby. Und da kommt einfach nur eine klare Linie raus. Da wird geschrien, wenn geschrien wird, weil er das voll und ganz fühlt. Kinder sind zu, das weißt du am allerbesten, du hast der eigene, immer in der vollen hundertprozentigen Energie. Also sind entweder scheiß sauer und dann bringen die das auch zum Ausdruck oder sie sind mega glücklich gerade und dann siehst du das auch. Bei uns Erwachsenen ist das alles total abgedämpft. Ah ja, da freue ich mich ja jetzt, danke. Oder, na, es macht mich jetzt schon ein bisschen sauer. Das sieht genau gleich aus, ja, aber in uns drin sollte das ein Feuerwerk der Emotionen sein. Du solltest wieder richtig fühlen, dir das erlauben und das ist genau das, was du gerade sagtest. Ich gebe ihnen vielleicht erstmal die Erlaubnis, das wieder tun zu dürfen vor mir, aber am Ende geht es natürlich darum, wenn du es einmal gefühlt hast, zum Beispiel im Coaching mit mir oder mit dir, dass wir das dann jederzeit reproduzieren können, weil wir haben es ja einmal gefühlt. Wenn ich einmal verliebt gewesen bin, dann kann ich dir genau erzählen, wie ich mich fühle, wenn ich verliebt bin, wie sich das so anfühlt. Wenn ich niemals verliebt war, ist es sehr, sehr schwer für mich, da wirklich authentisch drüber zu sprechen. Aber hast du es einmal erlebt, kannst du es reproduzieren. Ja, und danach gehst du ins Reden. Genau. Dann holst du die neuen Stimmen der Menschen raus. Ich habe mir überlegt, also wenn ich jetzt neu gefühlt habe und auch ein Mensch bin, wo ich ein bisschen Angst habe, wieder in alte Schubladen zu fallen, wie bringe ich denn, also was mache ich dann, dass dieser Mensch jetzt auch von sich das reden kann? Du gibst ihm extrem viel einen Raum, wo er sich vertraut fühlt, wo er es auch machen darf und das ist sicher eine coole Erfahrung, wo du plötzlich merkst, hey, du bist so reingekommen, mein kleines Mäuschen, bist du jetzt wie ein Elefant, das sind Riesenwelten. Absolut. Voll. Und das ist das Spannende, Alex, weil wenn dieser Prozess erst mal stattgefunden hat, das ist immer dieser schöne Moment, wenn ich dann sehe oder richtig fühlen, nachempfinden auch kann, wie dieser Coach hier plötzlich bemerkt, dass die Stimme sich jetzt schon verändert hat, obwohl wir noch überhaupt nicht ins Stimmtraining reingegangen sind. Klar, wir machen so ein paar Übungen, aber jetzt geht es ja eigentlich erst in diesen Part. Das heißt, dass ich jetzt eben an die Hand gebe, was kannst du machen, um dein Zwerchfeld zu stärken, Korkenübungen und, 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 diese ganzen Sachen, die auch Spaß machen sollen. Ich connecte das immer mit ein paar bildhaften Übungen, sodass es Spaß macht, dass man sich gut merken kann und so weiter. Aber jetzt geht es eben auch in die Technik, aber zu diesem Zeitpunkt, und das ist das Schöne, hat sich deine Stimme schon verändert, weil Stimme und Stimmung sind untrennbar, aber vor allem ist deine Stimme ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Und in dir drin hat sich ja an deiner inneren Stimme jetzt schon was verändert, weil du dich reconnected hast mit dir. Du bist also da schon selbstbewusster, hoffentlich zu dem Zeitpunkt, kannst dich schon selbstbewusster zeigen, weil du jetzt weißt, wer du bist. Du stehst vielleicht jetzt schon täglich vor deinem Spiegel, erzählst dir positive, schöne Affirmationen jeden Morgen, hast du es auch schon mit Korken gemacht und so weiter. Also zu diesem Zeitpunkt hat sich schon eine Menge getan. Und dann geht es aber eben in die Arbeit, klassisch, wie als Sprecher auch im Studio, wie kann ich jetzt mein Instrument stärken. Und dann im dritten Schritt geht es eben darum, das zu verbinden, weil hier haben wir jetzt einmal den technischen Aspekt, den jeder Sprecher lernt, der ausgebildet ist, und auf der anderen Seite aber auch die innere Stimme, die hier schon eine absolute Transformation durchgemacht hat. Was denkst du, wenn du Fernsehen schaust und ich sage jetzt mal, du schaust vielleicht jetzt mal absichtlich, wie wir mal ein bisschen Tag schauen und so, und denkst so, also meine Frau höre ich immer, was hat denn die, das passt ja gar nicht. Du machst das wahrscheinlich mit der Stimme. Ach Mensch, der hat das gar nicht trainiert, wie quatscht denn der? Das muss ich mir, also wenn ich mir das vorstelle, kann das ein bisschen anstrengend sein, oder? Ja, ich glaube, aber man kann das ganz gut vergleichen. Ich war lange Zeit mal mit jemandem zusammen, der Filme produziert hat, beziehungsweise in der Post-Production war, ja? Und immer, wenn wir zusammen im Kino waren, furchtbar, ja? Er dachte so, das geht geil und das, dann wurde alles kommentiert an Special Effects und was weiß ich, was da alles schieflaufen kann. Und ich irgendwann so, ey, halt einfach die Klappe, ich will diesen Film genießen, ja? Aber er konnte nicht abschalten und ich verstehe das auch, weil natürlich geht es ein Stück weit auch mir so, ich habe sofort eine Interpretation, ja, ich habe ein Gefühl zu diesem Menschen, aber wie ich eben schon gesagt habe, ich kann das schon auch unterdrücken oder sagen wir mal, den Fokus nicht darauf richten, ob ich jetzt eine Stimmanalyse gleich mit jemandem mache. Das mache ich wirklich auch nur, wenn ich die Erlaubnis habe, ja? Dann frage ich auch vorher, ist das okay? So. Und dann mache ich das. Aber dafür ist auch wichtig, dass man sich nicht kennt, ne? Weil ich möchte ja ganz unvoreingenommen da reingehen. Und von daher, wenn ich jetzt Fernsehen, natürlich, ich kann es nicht komplett unterdrücken, denke ich, aber hauptsächlich geht es mir da um die Gesamtpräsenz, ne? Wenn jemand dann vielleicht einen Sprachfehler hat oder eben auch komisch aussieht und so, klar fällt das auf. Aber das kann ich schon eher ausschalten, als wenn ich jetzt einen Podcast höre oder ein Hörbuch. Also da fällt es mir sehr, sehr schwer tatsächlich. Weil da geht es eben noch nur um die Stimme. Ja, total, total, ja. Weil ich habe mir auch schon Hörbücher gekauft, die haben einen schrecklichen Ton, aber das gab es nur mit dem. Und ich wollte das, habe gesagt, okay, dann kauf ich es halt. Ja. Also ich zum Beispiel, ich kaufe alle Hörbücher in Apple drin, weil ich bin ein Apple-Nutzer, ich bin da drin, ich mache jetzt keine Amazon-Sachen. Gibt es in der Schweiz auch gar nicht. Ach so, echt? Also nur über Umweg. Ja, Amazon liefert ja nicht in der Schweiz, das wissen viele Deutsche nicht. Nein, wusste ich auch nicht. Das ist auch in Kanada. Da geht es ja auch nicht hin. Musste mal achten, überall, wo Französisch gesprochen wird, obwohl nach Frankreich liefern sie. Das ist, ja, wir haben unsere eigenen Shops, also wegen dem für mich Amazon, da funktioniert nicht alles. Früher war ein Riesenthema, da musste ich wegen der Bank, also früher musste ich ein deutsches Bankkonto anhängen, habe gesagt, Jungs, ich Schweiz, ich habe kein Deutsch, sonst Schwarzkonto, das findet mein Staat nicht so cool. Ja. Das kannst du vergessen. Wahnsinn. Jetzt mittlerweile kann ich ein Schweizerkonto anhängen, also es ist ja eben so, wann kommt die hier hin, aber ja, die interessiert uns glaube ich gar nicht. Also nein, wir haben das nicht. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Also wir sind da hinter dem Mond, also Schweiz ist sehr klang. Ihr seid dann. Ja, das glaube ich. Okay. Ich finde es übrigens schön, was du vorhin gesagt hast, dass du die Menschen fragst, ob sie ein Feedback hören möchten. Ich finde es mega cool. Ich habe da ein bisschen Erfahrung von deutschen Coaches, die haben früher immer alles kommentiert, nicht so, hast du schon mal gefragt, ob der das will? Weißt du, der kann ja auch mal so machen. Keine Ahnung. Ja. Das ist doof. Ja. Ja, oder auch überhaupt. Es geht ja nicht nur darum, wie reagiert derjenige, sondern was macht das mit ihm? Und dafür muss man sich öffnen oder eben auch nicht und das ist beides vollkommen okay. Ja, mega. Ich finde, du hast ein mega spannendes Thema. Also wenn man jetzt so reinhört und darüber redet, mega cool. Und du, wie du auch sagst, du machst ja auch Stimmen, du leistest ja auch deine Stimme, oder? Genau. Also hast du auch Filme, die du gemacht hast oder sind es einfach Menschen? Also ich habe einiges gemacht, früher. Allerdings hatte ich jetzt nie irgendwie eine Hauptrolle im Synchronbereich, weil das ist schon auch eine spezielle Branche, sage ich mal. Und du musst das auf jeden Fall, also sagen wir mal so, es werden immer sehr ähnliche Stimmen gebucht. Und das ist eine Handvoll. Wenn man mal genau hinhört, dann werdet ihr feststellen, dass es irgendwie immer die gleichen Stimmen sind, weil die das einfach besonders gut auch können. Die sind da reingewachsen und so weiter. Das heißt, ich hatte schon die Chance, immer mal wieder kleine Rollen zu sprechen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. auch unter anderem, ja genau, zum Beispiel Tinkerbell und das Piratengeschiff, das fällt mir spontan ein. Da habe ich eine Elf gesprochen, eine Schnecke. Ja wirklich, welche? Ja, das habe ich mit meiner Tochter, die wollte schauen, wie bescheuert. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ober und runter. Ich kenne, glaube ich, alle. Ich habe alle gekauft. Alle Filme sind da. Wirklich? Ja, Wahnsinn. Das war der Letzte, aber Tinkerbell mit diesem Flauschdinger und dann war echt witzig, bis sie da ihre Talente ausgefunden hat. Sie wollte ja eigentlich nicht der Tinker sein. Die Wasserfee, die war ja mega, die Zicke. Ja, spannend. Super, wenn du das hast, dann können wir es zusammen nochmal anschauen, dann sage ich dir, du weißt es wieder, das ist so viele Jahre her. Ja, da macht auch ein Schweizer mit. Der Schweizer ist noch witzig. Also, wie gesagt, wenn du da sehr dran bleibst und wirklich alles gibst und dich anbietest, auch gerade am Anfang, wenn man dich nicht kennt als Stimme, dann musst du dich natürlich auch selber zeigen. Mach dich hörbar. Dann würde ich sagen, hast du eine Chance. Aber ich kann nur aus Weihnachtszeit damals berichten. Bei mir war es noch so, es war noch lange vor Corona. Ich bin einfach in die Studios rein, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich möchte gerne bei euch sprechen. Gibt es irgendwie eine Chance? Und ich habe mich nicht angemeldet. Ich habe nicht vorher angerufen, weil ich weiß, dann wirst du abgeblockt oder abgewiesen. Ich habe auch nichts hingeschickt oder so. Ich bin einfach hingegangen. Und damit hatte ich sehr viel Erfolg tatsächlich und bin dann da so ein bisschen rangekommen dadurch. Und wenn du dich dann mal bewiesen hast, dann wirst du auch wieder angerufen. Aber die müssen dich auf dem Schirm haben, weil sonst gibt es auch viel zu viele. Und so war das damals bei mir. Ich habe das sehr genossen, muss aber auch gleichzeitig sagen, mir gefällt die Arbeit als Hörbuchsprecher mehr, weil das kann ich in meinem Tempo machen, bei mir zu Hause im Studio. Hier sieht man es ein bisschen. Oder ich gehe eben ins Studio und dann bin ich die einzige Sprecherin da und habe meine Tage da geblockt. Und das bringt mir mehr, sage ich mal. Weil du kannst das eben auch individuell einrichten und beim Synchronen musst du eben vor Ort sein. Dann wirst du gebucht für eine gewisse Zeit und dann gehst du da hin. Und ich bin ja viel auch unterwegs und deswegen ist das für mich schöner, Hörbücher zu vertonen. Und das mache ich noch immer. Spannend. Also wenn du Stimme brauchst, da ist Jana. Hol sie dir, buch sie dir. Ich finde es eine sehr angenehme Stimme. Dankeschön. Spannende Sachen, die du hier zeigst und mit den Menschen aufbaust. Schön, dass du uns auch ein Teil geschenkt hast, hier reinzuschauen, deine Arbeit, dass man dich kennenlernen durfte. Mega spannend, dass du hier warst. Jana, wo findet man dich, wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte? Wenn du dich für das Thema interessierst und jetzt gerade spürst, boah, ich will da mehr darüber erfahren und mit mir arbeiten, dann komm doch einfach mal bei Instagram zu Besuch. Da findest du mich unter Stimmgeberin oder du guckst Stimmgeberin.de auf meiner Homepage dich mal um und da findest du auch alle weiteren Infos. Du kannst mir auch gerne schreiben unter info.stimmgeberin.de und ich habe auch einen Podcast, der heißt Pump up your voice, erfolgsduster Stimme. Auch da freue ich mich natürlich sehr, falls du dich da mal reinhören möchtest. Und ich habe für alle Einsteiger übrigens auch ein Geschenk, wenn ihr mögt, dann bekommt ihr von mir eine 10-Tages-Challenge, einfach mal um reinzuschnuppern. Das ist ein Programm von mir, das ist eine E-Mail-Challenge, das heisst, du bekommst 10 Tage lang E-Mails, Videos, Audios von mir und ein Workbook und hast einfach mal ein Gefühl dafür, wie ist es denn, jeden Tag an seiner Stimme zu arbeiten und was kann ich da eigentlich tun? Jana, das wollen wir. Ich werde das unten verlinken, wenn du mir einen Link gibst, ist es okay, dann können wir das gleich reinkommen. Mach das, ganz spannend. Weil da bekommen wir müssen die ersten Eindrücke, was man so machen kann. Oft wird wahrscheinlich auch Sachen völlig nicht mehr klar sein, wo man geht, wo wahrscheinlich du denkst, ist eigentlich mega logisch, was man machen sollte, am Ende tut man es nicht. Genau. So diese kleinen Schritte. Mega super, schön, Jana, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für das schöne kurzweilige Interview und die tollen Fragen. Danke vielmals und wenn du zugehört hast, holt euch die Informationen von Jana, findest du gleich da unten, werde sie verlinken. Wenn du mehr überfahren willst, hol ihr Podcast, ich finde den cool. Ich habe das selbst auch angehört und wünsche dir draussen einen wunderschönen Tag und wenn es wieder heißt, Alex Hohschler, bis Profile.